So und wieder zurück beim Projekt MINI SE. So und zwar haben wir hier so eine, also wie nennt es glaube ich? AI, Air Intake. Ja gut, viel Air Intake ist natürlich nett, das seht ihr schon, aber es lockert so ein bisschen das Gesamtbild auf und wir haben uns ja gedacht, wenn das Auto eh schon schwer ist wie die Sau, dann machen wir es noch schwerer und kleben noch ein bisschen Plastik dran. So in diesem Sinne hier einmal Rahmen, also ich wollte ihn schon wegnehmen, mal kurz Probe gehalten, also der Schein bzw. ist so zu positionieren. Genau und dann nehmen wir uns da mal kurz so ein Klebeband bitte, dass wir die Position noch mal markieren können. So Position ermittelt, was machen wir jetzt? Reinigen und Klebebandweckzieherei. So also für alle, die zu hart ins Fitnessstudio gehen, ne? Das ist ja auch ein bisschen und dann lasst den Kotflügel heile. Ich war hier dann einen Ticken zu nah, naja gut, das macht der Azubi dann weg. Also hier, nicht ganz so hart rangehen. Ich meine, ich will jetzt nicht angeheben, ne? Aber unser Schwarz ist geiler wie das hier von Mini, ja? So ein bisschen ausgelutscht, obwohl das Auto gar nicht alt ist, ne? Naja, hier, dafür ist es hier am Türgriff ein bisschen schöner. Na, also hier, BMW-Ingenieure aufpassen hier, richtigen Kunststoff verwenden, das hier ist besser. Ja, schaut auch cool aus. Das Einzige, was richtig scheiße ausschaut, sind die Räder aktuell, ne? Na gut, aber wir sind ja keine Fakenhersteller, da haben wir ja Kollegen, die das machen, kommen ja auch noch zum Zug. Und ansonsten würde ich sagen, denkt mal, ein ganz cooles Gimmick für euer Auto. Es gibt das auch für andere Fahrzeuge. Schaut mal im Shop nach, kommt auch nach und nach so kleine Accessoires. Alle Teile im Übrigen haben auch entweder die Freigabe, ABI, die Kappspoderlippe oder was auch immer. Also da seid ihr auch immer safe unterwegs. Und natürlich gibt es das auch in all unseren Varianten. So, wenn euch das Video gefallen hat, weiter am Ball bleiben. Ihr wisst ja, was zu tun ist, denn es kommt ja noch viel mehr von dem Mini. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.